Oh, er ist tatsächlich weg. Schade. Ja, er ist raus. Schade. Ich hab mich grad mit ihm angefreundet, glaub ich. Boah. Ist immer das Härteste. Alter, Digi! Du bist ja da! Man hört dich! Ich hör dich das erste Mal, du bist aber schon ein bisschen leise, glaub ich, oder? Äh, du, äh, Schatz, du kannst das im Discord einstellen. Hallo? Ich glaub, das mach ich mal. Äh, also... Ach so, ich kann das einstellen, das mach ich auch mal. Äh, du musst auf Rechtsklick auf Digis Namen gehen und dann kannst du Benutzerlautstärke ein- und ausstellen. Also, hoch- und runterstellen. Da müsste ein Rechts-, äh, ein Regler sein. Ich weiß gar nicht, wo Discord ist. Ach da. Ich hoffe auf dein PC. Diggi, wem muss ich jetzt anklicken, oder was? Äh, ja, Rechtsklick. Einmal Rechtsklick drauf. Ah. Und dann kannst du einstellen, weil Benutzerlautstärke... Ah, Digi, sag mal was. Jaaa. Oh, das war doch mal weh. Okay. Ich kann nicht mehr. Alter Schwede. Ich bin taub. Ich bin taub. Ich bin taub. Ich hab mal ne Frage an dich. Ja, bitte. Was macht Mr. Blob? Mr. Blob? Ich weiß es nicht. Wir haben... Wochen auf der Zunge. Jaaa. Also, ich hab ihn eingefroren, weil Blobs sich ja in der Regel tiefgefroren besser halten. Jaaa, das hab ich auch mal gelesen. Ähm... Genau, und ähm... Seitdem hab ich dem jetzt, ähm, nichts mehr... Ah. Hab ihn nicht mehr so freigelassen. Ich hab nämlich auch kein Hirn mehr für ihn zum Füttern. Dann muss man schon vielleicht mal wieder auf Jagd gehen. Ja, wir müssen aber, äh... Ja, starte ich, starte. Das Festi musste noch mal raus, wegen der Internetverbindung. Und, äh... Digi, Digi, Digi muss noch mal, äh... Also, wir haben ne 100 Mbitz-Leitung, ne, und kriegen's nicht geschissen, du, ehrlich. Na gut, na gut, ich hab... Ich streame aber auch auf, äh, relativ hohen Einstellungen, gerade. Deine Mutter streamt auf... Achso, das war positiv. Ja, alles klar. Das war positiv im Sinne von, meine Qualität ist gut. Du, ich, ich, ich könnt's doch runterstellen, aber dann wird's verpickelt. Äh, verpickelt, genau, äh, verpickselt. Deine Mutter ist verpick... Achso, ja, alles klar. Du, Mann, so... Wobei, warte mal, doch, doch, meine Mutter hat Pickel. Sogar ganz viele. Bäh. Ich frag mich, wo. Ich, äh, ich will's nicht wissen. Im Gesicht. Oh, ich, es hat gerade an der Tür geklingelt. Ich glaub, ein Päckchen ist angekommen. So, Digi, du solltest dich jetzt ein bisschen... Und dann reinhalten, nicht? Ja, Entschuldigung. Das kann ich doch nicht sehen. Soll ich jetzt hier... Oh, nein. Schatz, wusstest du das jetzt nicht machen? Das krieg ich nie wieder aus dem Kopf raus. Das krieg ich nie wieder aus dem Kopf raus, den er lört. Oh, Gott. Oh, nein. Oh, 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 oh. Entschuldigung, bleibst du noch. Es startet, es startet. Oder war bei dir der Paket, ich dachte, das war beim Dufti. Ja. Ich kummel gerade nochmal den Rechnern. Ich hab da gerade vorne die Stange ran, das muss ich erstmal kurbeln. Was? Kurbeln? Ah, wie damals, mein erstes Auto. Ich weiß noch, Anno Domini. Anno Domini. Ja, und dann der eine Panzer von Citroën im Ersten Weltkrieg, den man mal angucken musste. Herrliches Teil, herrliches Teil. Alter, nee, warst du da drauf stationiert, oder was? Stationiert war ein Ding. Das war mein Baby, bis ich darin zerbummt wurde. Verdammt, von den Deutschen? Ja, dann hast du dich darin auf die ersten 45. Ah, Merde. Ja. Merde. Merde. Man seid ja echt alt. Ja, ich wollte gerade sagen, man seid ja echt alt. Solange es... Ja, ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, damals... Du weißt, ich bin nicht alt, wir sind gleich alt, fast. Wir sind in den Gegend gelaufen, sind und Mammuts gejagt haben. Weißt du, wir hatten damals noch... Wobei, ich bin auch gerade sehr, sehr alt. Wir hatten damals noch nicht mal Kloß. Bei den ganzen alten Säcken hier. Wir hatten noch nicht mal Kloß. Wir konnten vor Hunger kommen, Mercedes sagen, und geschweige denn Mortadella. Mortadella. Aber wir hatten auch keine Kloß, weil wir hatten auch gar kein After. Das gab es damals noch gar nicht. Ich habe dich schon mal eingeladen. Wie habe ich auch so gehört? Nee, wir haben das ausgeschwitzt damals. Oh Gott! Nein! Nein, das war jetzt nicht zweideutig. Leute, Alter! Das war jetzt mies. Nein! Oh Mann, oh Mann. Nein! Ich meinte durch die Bohren. Die Bohren! Wir haben das schon so verstanden. Jetzt geht es aber ab hier, ey. Jetzt geht es an die Luzi. Das Schlimmste ist, der Hund hat gefurzt. Ja, das ist wirklich die Idee. Also ich sage, er weiß. Ich sage, er weiß. Das Schlimmste ist, ihr stinkt beide gleich, wenn ihr furzt. Ja, aber meine riechen viel schlimmer. Nein! Ihr nehmt euch da nicht viel. Ihr nehmt euch da nicht viel. Naja, sie riecht so ein bisschen wie ich aus dem Mund morgens um halte 10. Bevor ich das erste Knoppers gegessen habe, du. Deswegen sind also deine Zähne so gelb und grün. Und ganz hinten sogar schon schwarz. Könnt ihr das bitte privat klären? Ich mache mich da mal vor. Das schlacht doch mal endlich. Die eine gute Nacht, Sio. Danke, dass du da warst. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Mach's gut, Wormi. Euch allen. Du sollst ihn doch Sio nennen und nicht Wormi. Er macht das doch nicht. Mach's gut, Sio. Ein Emote fliegt durchs Bild. Warum habe ich eingestellt, dass auf ein Emote das durchfliegt? Wo denn? Ach da, jetzt ist es auch bei mir. Jetzt stimmt ja, du hast ja die Zeitbezögerung. Jetzt fliegt es auch durch deinen Monitor. Auf was warten wir denn jetzt noch? Auf Digi. Ja, auf mich, auf das. Also eingeladen habe ich ihn schon. Echt? Ja, ich habe dir schon eine Einladung geschickt. Ich kann es aber gleich noch versuchen. Du bist doch nicht mal eingeladen. Also haben wir auf Aydaria gewartet. Hä, ich habe ihn doch schon eingeladen. Ich habe ihn zweimal jetzt eingeladen. Wenn er so lange braucht. Das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Was? Hast du eine Frau da als Profilbild? Nein, das ist keine Frau. Ach so. Hat aber wunderschöne Liste. War das nicht von irgendeiner japanischen Band oder chinesischen Band? Die ich damals mal mit dem besten Kumpel auf dem Konzert in Münster besucht habe. Das hast du bei Münster erzählt. In Münster, sehr geil. Ich liebe das Münster. Beim Asthan-Festival. Ich weiß gar nicht, ob es die Asthan noch gibt. Keine Ahnung. Das war so eine Zeitschrift für Gothic und Visual Key. Also diese Musikrichtung heißt Visual Key. Wir haben damals durch Zufall per E-Mail mal mitgemacht. Aber klar, gewinnen wir eh nicht. Gewonnen ja scheiße, wir sind von der Münster. Aber, yo. Nicht bereut, war mega geil. So, Custom Map. Ihr seht noch. So, Custom Map. Custom Map. Weil tatsächlich heute alle Custom Maps cool waren. Und für dich und Dufte. Alter. Leute, wir haben schon im Super Mario gespielt. Nein, verrat's noch nicht, verrat's noch nicht, verrat's noch nicht, verrat's noch nicht. Oh, okay. Cool. Ich rede so von Mario. Das sollte eine Überraschung werden. Das ist von Mario hier. Ich habe das gesehen. Ich war die ganze Zeit im Lurk-Modus. Ach, du warst der eine Lurker. Aha. Aha. Der Lurker wurde entkartiert. Ich habe auch gemerkt, dass ein ganz warmer Typ im Hintergrund war. Oh, nee. So, Digi-Süze. Was ist jetzt los? Ja, ich kann nicht auf Veli klicken. Ich weiß nicht, warum. Es ist rot. Ja, weil deine Karte noch nicht geladen hat. Deine Karte lädt noch. Das gibt's doch gar nicht, Du. Das ist schon richtig cheat, Du. Ja, ich will es lassen. Das ist auch immer cheat, Du. Ich glaube, ich muss nachher mal mit Gwendolin reden. Hier bei uns im Norden. Ach ja, Gwendolin. Dann haben wir immer cheat-Wetter. Shit-Wetter? Ah, shit-Wetter. Aber heute hatten wir kein cheat-Wetter. Heute hatten wir... Nein. Heute hat das Wetter gesagt, so bock wie dat, Du. Und so haben wir das auch gemockt. So, wo bleibst denn Du? Ja, ich wohne gerade disconnected. Disconnected? Ich hab Dich aber wieder eingeladen. Das heißt Discord und nicht disconnected. Was weißt Du eigentlich, ey? Ah, da schabbert sich gerade so ein bisschen meine nicht vorhandenen Nerven. Was ist das Problem? Naja, du, sehr froh, dass du bei der Japan-Match nicht dabei warst, nicht? Jetzt wegen dem Futterhundchen. Funktioniert das bei Minigolf auch mit Daten? Datenlöchern oder so? So, dass man einfach einen als Ball nimmt und drei Leute werfen durch ein Datenloch und der disconnectet dann einfach. Äh, keine Ahnung. Sag mal, was machst Du denn da? Digi! Digi, mein Hübscher. Soll ich eine andere Map laden? Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ich kann auch eine andere Map laden. Ich fährst gar nicht mal ein Mikro, wenn das so weitergeht. Hm, und ich schmeiße gleich die ganze Scheiße aus dem Fenster raus, wenn das so weitergeht. Nein, nein, nein. Digi, wenn du nicht lieb zu Gwendolen bist, dann funktioniert das auch nicht. Ich bin immer lieb zu ihr, sie mobbt mich doch. Ja, nein, nein. Kann ich auch in der Zeit springen? Hä? Nee, das ist nicht die Gwendoline, mein Rechner heißt Gwendoline. Achso, und die kann nicht in der Zeit springen. Ach, du bist bei der Saphir-Dingens da. Ja, die Tribute von Saphir-Panem. Sag mal. Ich glaube, wenn sie es könnte, dann würdest du noch mehr hassen wie ihr. Vor allem, wenn Gwendoline dann einfach mal so, weißt du, du wirst mitten beim Zocken irgendwas Wichtiges machen. Ach, Biber heißt bis bald. Das fällt dir jetzt nicht auf. Ja, richtig. Ich dachte immer, das wären so Tiere wie Nutrias, die in Zelle leben und Bäume anbessen. Digi, soll ich mal eine andere Map laden? Bis bald, nicht Biber wie Bibor oder so. Also es ist kein Pokémon-Name. Digi, soll ich mal eine andere Map laden? Mach mal eine ganz normale Map, weil irgendwie... Okay, okay, wir machen einmal eine ganz normale Map. Ich habe noch nie so viel gelernt wie heute Abend. Gut, wir machen einmal eine ganz normale Map. Also das nächste Mal vorbeischauen. Ich war ja nur auf der Baumschule bisher. Äh, so. Immerhin. Nimm dieselbe Map nochmal. Dieselbe Map nochmal, okay. Und los geht's. Alter, ich habe noch nie so viele Leute hintereinander eingeladen. Ja, ne? Was gibt es denn hier? Lade mich ein, lade mich ein. Oh, danke. Micky. Und was ist mit Tudor? Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Dass du breit bist, ist logisch, ey. Ich bin bereit, jederzeit. Ich bin bereit. Ich bin bereit, zurückzukommen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh, nein, es ist ein ... Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Was? Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Ich wollte es gerade sagen. Irgendwas passt hier nicht. Da ist es nämlich ... Nein, das kriege ich hin. Oh, zwei weiße Bälle. Wie soll man hier? Wie soll man hier? Ich gehe unter den alten. Muss man da vielleicht irgendwas einstellen für Custom Maps oder so? Äh, nö. Nö. Äh, eigentlich musst du nur laden. Äh, aber ... Fässchen ... Der gut funktioniert. Äh, Fässchen hat es vorhin halt auch ... Also auch mal nicht geklappt. Dann musst du halt gucken, was drauf unten steht. Wenn steht, Custom Map wird geladen oder ... Ich weiß nicht, was da genau stand. Dann ... Die war ja anladen. Warte, dann musst du einfach warten. Wenn aber gar nichts steht, dann musst du noch mal rein und wieder raus ... Also raus und wieder rein joinen. Dann muss ich dich wieder einladen. Äh, Ragnos, nein, es gibt keine Probleme. Und hallo erstmal. Wenn ich gelegentlich Selbstgespräche führe, dann liegt das an meinen 15 Stimmen, die im Kopf durch die Gegend geißen. Ach, ach, die hast du auch? Ja, die hab ich auch. Oh, 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 das ist gut, ja. Dann bin ich jetzt nicht allein mit dem Problem. Mich guckt immer alle Leute komisch an, wenn ich plötzlich anfange zu reden und sich alle angesprochen fühlen. Wie kommt das denn? Oh boy. Ich ... Das ist jetzt nicht ... Ja. Dies gibt's nicht. Komm, komm, komm. Dies gibt's nicht. Nein, dies gibt's nicht. Dies gibt's nicht. Das ist ja eine Map, wo ich mal irgendwie Sachen machen kann. Oh, Spatz. Ich mache Sachen mit Schläger. Ich glaube, ich bin Letztes. Äh, Letzter. Ja, du bist ein Letztes, ja. Oh, ich bin Letztes. Nein, ich bin echt Letztes. Ich bin Erste. Nein! Ja, ja, Letzter. Ja, Letzter. Ja, Letzter. Ja. Nee. Dicke, ich bin Two-in-One. Ja, Mann. Ja. Nein, das gibt's doch hier nicht, ey. Leute. Leute. Wenn, 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 man kann's mal offen, mich da rauszuprillen. Sorry, du Fli. Ja, sorry. Das kriegst du wieder. Ja, okay. Ich bin einfach hier so. Ich habe mich konzentriert. Ich bin eins geworden mit der Macht, um diesen Schlag vorzubereiten. Und dann kommst du hier einfach um die Ecke und brüllst mich aus dem Loch raus. Du fährst aber hart und schützt aus. Hey, Letzt, dir auch einen guten Abend. Ich bin ja gladiator. Schön, dass du rein schaust. Nein, ach, leck mich doch am Popo. Oh, nee, 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 der ist nicht sauber genug dafür. Du warst heute duschen. Nee, das stimmt. Nee, das stimmt. Nein. Ich bin aufgehüpft. Ich bin dran vorbeigeübt, ey. Nein, ich bin wieder unten. Ich bin wieder unten. Ich bin drin, ich bin drin. Nein, 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 nein. Du liegst da perfekt, du bist in die falsche Richtung, glaube ich, Diggi. Wie, falsche Richtung, was? Ja, du bist eben wieder zurückgeschlagen, du hast eben wieder zurückgeschlagen. Du warst runter und nicht hochgeschlagen. Was? Au, hau, 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 hau. Das hast du beim letzten Mal schon geschafft. Nee, das ist doch nicht schön. Nein, das ist doch nicht schön. Ball, hör auf mit Physik und so. Nicht lecken, dafür gibt es einen Notdruckreiniger. Nein, nein, das ist eine falsche Richtung, Ball. Stimmt. Achso, 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 achso. Ich glaube, ich muss mal auf den Klo. Du liegst keinen Zwang an. Festchen, mach's einfach wie, äh, Leo und, 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 hock dich einfach hin. So, sorry, warte, 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 warte. Ja, ich lass ihn auf. Nein. Soll ich dir eine Binde geben? Oder eine Binde? Oder irgendwas anderes? Dann kannst du da rein machen. Verdammt. Oh, der war so gemein von mir. Ich bin drin. Ich bin drin. Das war ja einfach. Meine dritte Stimme? Soll ich? Oh Gott, der fliegt da. Der Dufti. Es ist ein Pogel? Es ist ein Flugzeug? Nein, es ist der Dufti. Scheiße, warum komm ich da jetzt her? Es ist ein Flugzeug. Nein, es ist ein Hubschrauber. Nein, es ist ein Taube. Nein, es ist ein Döner. Nein, es ist Dufti. Es ist ein weißer Pfeil. Es ist ein Pfeil. Ja, geil. Es ist wieder rein, geh doch. Ab in den Eierbecher. Was? Wer soll nicht lecken? Was? Ragnos 25. Jo. Nicht lecken, dafür gibt es einen Hochdruckreiniger. Ja. Stimmt, haben wir sogar. Sowas kann ich mir nicht leisten. Was? Boing. Ich habe meine Zunge dafür. Boah. Was denn? Daher hast du also die ganzen Pickel. Was denn? Rischgeleckt ist halb gewaschen. Jo, bin drin. Oh, du auch Dufti? Ja, ich habe es geschafft. Ich bin da irgendwie reingekommen. Oh, Digi. Ich bin da irgendwie reingekommen. Sehr gut. Digi hat es auch geschafft. Ich bin schon wieder letzter. Ich bin ja noch. Aber nicht mehr lange, glaube ich. Natürlich bin ich letzter. Nee, natürlich sind wir hier auf der Bahn 8. Ja, 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 ja. Nee, bist du auch drin? Ja. Eidari-Ding? Ich bin auch drin, ja. Eidari-Ding? 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 Aber bitte nur, wenn Eidari, aber bitte ohne Ding, ja? Eidari-Lip. Ich möchte nicht als Objekt bezeichnet werden. Das muss zensiert werden. Danke. Danke, Digi. Ja. Sehr lieb von dir. Sehr liebensgewürzig. Ab und an. Er kommt von seinem eigenen Hintergrund, so fand ich, wie viele Rippen hat sich der kostet. Marsch. Birdie, Birdie, kokst. Nein, nein, bleib still. Ganz ehrlich, weiß es nicht. Alter, dufti, was geht ab, ey? Nein. Sehr geil. Die Maus fällt runter. Du bist heute mein Held. Was? Warum? Was hab ich getan? Ich war so. Ich tu's auch nie wieder. Du lochst ein wie kein anderer. Fätzchen. Fassi. Fass. Beiß. Du kommst mit deinen eigenen Hintern. Wie viele Rippen hat es denn gekostet? Wird gerade gefragt. Digi und ich verprügeln drum den Highscore. Ach so. Ja, was ist denn? Oh, Ratsch. Oh, jo, jo, jo. Ich bin Schlangenmensch. Da ist die Antwort, Ragnar. Ich bin Fluchmensch. Entschuldigung. Nein. Nein. Karma. Einfach nur Karma. Einfach nur Karma. Nein. Das, 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 was, das war nichts. Ja, das war was. Wir sind jetzt nicht alle da zusammen reingekommen, oder? Oh, da fliegt ein Ball. Und, 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 und Digi macht Schwimmübungen. Nach vorne. Ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Oh, oh, in Schornstein, in Schornstein. Ja, wollte ich gerade sagen, in Schornstein. Ich hätte es gefeiert, wenn es dafür einen Bonuspunkt gibt. Ja, sowas gibt es leider nicht. Minutes in Tore. Sowas gibt es leider nicht. Oder was man hier schießt. So, jetzt mach ihn ins Loch. Mach doch ins Loch. Ja, ja, ja. Doch, einfach geht das. Du schaffst das. Wir glauben alle an dich. Ich hab noch ein bisschen Baselinen. Ah, bist ja drin. Okay. Tja. Also, keine Rückgrat im Leib. Irgendwas muss man immer einbüßen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, Dufti, du bist, äh, du hast die Pole. Achso, unsere Pole. So, die können wir jetzt. Ich hatte noch nie Rückgrat. Der ist echt gut. Danke, wer auch im, ach, Digi, was. Du hast, du hast mir einen Schlag gespart. Bitte. So. Ich, ich, ich mach das nicht, ne? Bevor jemand auf die Idee kommt, mich da wegzuschubsen. Ich auch nicht. Schüpf einfach drüber. Genau so. Schade. Ja. Was meinst du, weswegen ich das so gemacht habe? Ich dachte erst, der Hund hätte gefurzt. Dabei war ich da schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Nein, 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 nein. Ja, nein. Komm, 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 komm. Ja, nein, doch. Ja, ja, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Danke schön. Danke schön, wer auch immer war. Dufti, du bist mein Held. Ein Deal, ups, ein Deal hat again. Wer verliert da seine Eier? Fätzchen und ich. Fätzchen und ich verlieren unsere Eier. Immer diese Cheater hier. und drei kater und krebs und sitze und pilze und ein bisschen auf dem dachboden ist so schlecht was diese olle pixel große kante da bringt diesen ball zum springen das kann er verliert da seine eier acht jahr hat ja da ja schon antwort eigentlich gar keine ja das ist das komische ja das stimmt nein 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 was ist da los was gibt es da hinten ich bin ein bisschen mein diesbeileid bleiben du kleiner gladiator na gut eier an sich könnte ich ja nicht verlieren ja danke ragnos meine 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 aber gut das war 18 plus haben ja das stimmt sonst würde ich das ganz schnell merken was twitch nicht möchte das würde ich ganz schnell merken wahrscheinlich ja nicht nur wahrscheinlich ich habe tatsächlich bis ins kleinste detail durchgelesen was passiert wenn ich mich nicht an die regel halten sollte aber duftigen meinen hier er rückt langsam näher wird gefährlich für mich ich bin nur ein tollen vorsprung glaube ich das gibt es ja nicht ja du bist mir ein voraus ein nur noch ne ja ein nur noch das heißt wir kämpfen gerade so ein bisschen um die krone mein schlucki aber egal gleich kommt ja mein loch nein 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 Mist okay du verlierst ich verliere du gewinnst du gewinnst ich verliere ah scheiße alter dufti du bist mein hero ich hätte nicht gedacht dass ich jemals diese gefühle nochmal haben werde der weiß nicht was ich da machen wollte ich kann noch ein bisschen äh ja ja nein 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 was war das denn für ein pack oh nö ich hab solche dinger gibt es bei minimic golf echt ne diese diesem parcours na gut ich werde zweite ich werde zweite das passt ja ich werde zweite das ist in ordnung ok äh schatzi muss mit dem hund raus oh gott der rennt ja richtig der rennt richtig das muss das muss fliehen ja die kleine macht uns gleich ins haus ja ich bin doch oh verdammt ich war gerade noch 17 drin nein aber jetzt liege ich mir jetzt wieder besser äh äh kleiner tipp für euch ihr müsst da so ein bisschen schräg ran ihr müsst schräg an die äh linke oder rechte bande und dann müsst ihr da irgendwie rein ja das ist ja nein ja ja das ist nur so ja aber das hat mir damals geholfen die weckte sich bestimmt ab das ist durchaus möglich gott so schlecht war ich auf der bahn hier schon lange nicht mehr siehst du das ist die schlimmste wie gesagt ich finde die so ekelhaft das zweite mal dass das passiert ist okay äh äh du spielst es auch der macht es heute ne ich ja ja gut ich das ist jetzt auch ehrlich das zweite mal dass ich das spiel spiele also ah ja gut du äh dufte wurde von mir überredet ein bisschen ja genau eigentlich war das nur also genötigt also genötigt nein nein nicht so genötigt wie bei dir lad dieses spiel runter sonst mag ich dich nicht mehr dann habe ich erst mal geschmollt nein nein das war gestern gestern war das ungefähr so zio war ja bei mir wir hatten ja gestern unseren zockertag gemacht und dann hat dufte mir nur geschrieben gehabt dass er halt vergessen hatte sich zu melden war ja kein problem so und ich hab dann halt nur gemeint so ja wir spielen morgen dann zu viert golf wird hab gefragt ob er es hat und er meinte nein und ja dann dann kam das eine zum anderen nicht hast du wieder mal deinen Willen gekriegt das ist zumindest die offizielle Version achso ich könnte auch den Schätzverlauf zeigen davon ganz abgesehen aber ja das ist die offizielle Version was ist denn jetzt passiert wir haben ihr habt keine Strokes mehr aber da ihr beiden die Map ja vorher nicht gespielt habt machen wir das jetzt einmal hier die Mario Meppe die Mario Meppe die Mario Meppe die Mario Meppe